... und say something, I'm giving up for you. Sehr gut. Anywhere I would follow you. Wow. Wow, das zweite Licht geht an. Wow! Und am Schluss kommt Bäm und alle zusammen sind da. Ich bin zum ersten Mal mit einer Püdigstange, die so professionell organisiert ist und das war mega-amazing. Wir sind im Zentrum und das ist mega speziell. Aber ich will gerade wieder gehen. Noah hat für mich eine sehr geile Stimme und ich habe das Gefühl, dass ich eine ähnliche Stimme habe. Ein bisschen ruhe ein und wir passen sehr gut zusammen. Ich bin auch gerade ein bisschen im Gefühlschaos. Irgendwie ist es wie das Gummiboot, das mir die Luft rauslädt. Irgendwie muss die Luft mal draussen sein und dann kann ich mich auf meine Gefühle konzentrieren. Und heute Abend wird sicher richtig gelöst gefeiert.